Herzlich willkommen zu den Videotutorials Schul- und Beamtenrecht der GEW Baden-Württemberg. Mein Name ist Anja Hanke, ich bin die Vorsitzende der GEW im Kreis Lörrach. Mein Name ist Markus Schütz, ich bin Vorsitzender der GEW im Schwarzwaldparkkreis. In diesem ersten Video geht es um zwei Themen, um die Rechtsstrukturen und um die staatliche Schulaufsicht. Los geht's! Ja, vielleicht ist das Thema zunächst etwas trocken, aber es ist unabdingbar für das Schulrecht. Das ist Grundlage für all eure weiteren Themen, die kommen. Es ist ganz gut, denke ich, wenn ihr das versteht und verinnerlicht, dann könnt ihr nämlich im weiteren Verlauf immer wieder darauf zurückgreifen. Es geht los mit den Grundprinzipien unserer Verfassungsordnung. Da wären vier Prinzipien zu nennen. Das Rechtsstaatsprinzip, das Demokratieprinzip, das Sozialstaatsprinzip und das Föderalprinzip. Überlegt euch selbst zu jedem Prinzip ein bis zwei Beispiele. Wenn Lehre bleibt in eurem Kopf, gebe ich euch ein wenig Unterstützung. Rechtsstaatsprinzip, zum Beispiel Schule ist kein rechtsfreier Raum, Eltern haben Widerspruchs- und Klagerecht. Demokratieprinzip, ihr habt einen Erziehungsauftrag, nämlich eure Schülerinnen und Schüler zu demokratischen Mitbürgerinnen zu erziehen. Es gibt Elternrechte an der Schule, Schülerrechte, Mitspracherechte. Sozialstaatsprinzip, es gibt kein Schulgeld und wir haben Lernmittelfreiheit. Und schließlich das Föderalprinzip, Bildung ist Ländersache. Wir haben verschiedene Rechtsblöcke und für uns im Schulwesen von Bedeutung sind vor allem das öffentliche Recht. Das öffentliche Recht gilt für die Tätigkeit staatlicher Organe, dazu zählt das Strafrecht, Beamtenrecht mit Disziplinarrecht, ganz wichtig für uns das Schulrecht natürlich und andere. Wenn ihr in der Schule eine Verfehlung euch zu Schulden kommen lasst, dann gibt es die Möglichkeit, dass ihr mit mehreren Rechtsblöcken in Konflikt geratet. Es sind Mehrfachtreffer möglich, zum Beispiel, wenn euch es passieren sollte, was ich euch nicht wünsche, dass euch die Hand ausrutscht gegenüber einer Schülerin oder einem Schüler, dann habt ihr einen Dreifachtreffer gelandet. Ihr könntet zivilrechtlich von den Eltern verklagt werden, ihr kommt mit dem Strafrecht in Konflikt, denn ihr habt eine Körperverletzung begangen und schlussendlich werdet ihr als Beamtin oder Beamter noch disziplinarrechtlich belangt. Warum machen wir das alles hier? Das Schulrecht stellt den Rahmen für euer tägliches Handeln als Lehrerin oder Lehrer dar. Und innerhalb dieses Rahmens sollt ihr euch so sicher wie möglich bewegen können. Wir kommen zur Hierarchie der Rechtsnormen. Hierarchie ist in Deutschland ein sehr wichtiger Begriff und der spielt auch hier eine Rolle. Ganz oben angefangen, über allem schwebt das Grundgesetz. Es ist gut, wenn ihr in der Prüfung ein bisschen mehr über das Grundgesetz wisst. Ich gebe nur ein paar Stichworte. 1949 unter dem Eindruck des Faschismus entstanden. Ziel war es, demokratische Strukturen ganz tief in der Gesellschaft zu verankern. Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Das waren die Grundprinzipien, die unserem Grundgesetz zugrunde liegen. Deshalb ist das Grundgesetz auch nur mit Zweidrittelmehrheit änderbar. Ähnlich wie die Landesverfassung. Die Landesverfassung Baden-Württemberg. Sie steht direkt unter dem Grundgesetz. Hier solltet ihr vor allem kennen den Artikel 12, die Erziehungsziele. Nach der Landesverfassung kommen die Gesetze, die vom Landesparlament beschlossen werden. Hierzu zählt zum Beispiel das Schulgesetz und das Landesbeamtengesetz. Darunter kommen die Rechtsverordnungen. Sie werden nicht vom Parlament, sondern von den Ministerien oder von der Landesregierung direkt erlassen. Sie haben Gesetzescharakter. Das heißt, sie sind natürlich rechtlich genauso verbindlich wie auch ein Gesetz. Hierzu zählen die Notenbildungsverordnung, die Arbeitszeitverordnung. Immer wenn ihr irgendwo das Wort Verordnung hört oder Ordnung, dann könnt ihr euch denken, aha, es handelt sich um eine Rechtsverordnung. Danach kommen die Verwaltungsvorschriften. Sie werden von den Ministerien oder Landesregierungen erlassen. Sie brauchen keine parlamentarische Legitimation. Das sind so etwas wie die alltäglichen Ausführungsbestimmungen. Also Beispiel Verwaltungsvorschrift außerunterrichtliche Veranstaltungen. Da ist im Schulgesetz nur festgelegt, dass das zu unserem pädagogischen Auftrag gehört. Die Verwaltungsvorschrift führt jetzt genauer aus, welche Regeln bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen zu beachten sind. Und dann gibt es noch die Erlasse als Einzelfallregelung von Behörden. Das kann das Kultusministerium verfügen, aber auch das Regierungspräsidium oder auch im GHW-RGS-Bereich das Schulamt. Zum Beispiel Einzelmaßnahmen jetzt bezüglich des Coronavirus gehören dazu. Wir kommen zur Kulturhoheit der Länder. Wie ihr wisst, ist Bildung Ländersache. Jedes Bundesland hat seine eigene Kultusministerin oder seinen eigenen Kultusminister. Es ist aber dringend notwendig, dass sich die verschiedenen Bundesländer untereinander absprechen. Es wäre ja völlig widersinnig, wenn jetzt jedes Bundesland eine andere Rechtschreibung hätte oder völlig andere Ferienzeiten oder völlig andere Notensysteme. Und deshalb gibt es die ständige Konferenz der Kultusminister der Länder. Und hier werden eben solche Gemeinsamkeiten abgesprochen und von den einzelnen Bundesländern dann ratifiziert. Kommen wir zum nächsten Kapitel, die staatliche Schulaufsicht. Hier gibt es einige Grundsätze, die zu beachten sind. Diese sind geregelt im Schulgesetz in den Paragrafen 32 bis 37. Wichtig sind hier vor allem zwei Begriffe, die du mit Inhalt füllen können solltest. Die Fachaufsicht und die Dienstaufsicht. Worum geht es bei der Dienstaufsicht? Es geht um die Personen, also um die Lehrerinnen, um die Lehrer, um dich in deinem dienstlichen, aber auch in deinem außerdienstlichen Verhalten. Zum Beispiel, wie du dich gegenüber Schülerinnen und Schülern verhältst, ob du pünktlich zum Unterricht kommst, außerdienstlich zum Beispiel, ob du mit Alkohol am Steuer erwischt wirst. Bei der Fachaufsicht geht es, wie das Wort schon sagt, um die Sache, um die Unterrichtsinhalte. Dein Schulleiter, deine Schulleiterin überprüft also, ob du Bildungs- und Lehrpläne einhältst, ob du fachlich korrekt unterrichtest. Ich habe es gerade eben schon erwähnt, Fach- und Dienstaufsicht sind ureigenste Aufgaben zunächst einmal der Schulleitung. Eine kleine Ausnahme gibt es, diejenigen von euch, die Religionsunterricht erteilen, bei denen liegt die Dienstaufsicht bei der Schulleitung und die Fachaufsicht beim jeweiligen Schuldekan oder der Schuldekanin. An den Gymnasien und an den beruflichen Schulen kann die Fach- und Dienstaufsicht auch von Fachberaterinnen und Fachberatern ausgeübt werden. Kommen wir nun zu den einzelnen Bestandteilen der staatlichen Schulaufsicht. Ich beginne mit der unteren Schulaufsichtsbehörde. Diejenigen, die an einem Gymnasium oder an einer beruflichen Schule tätig sind, die dürfen jetzt mal kurz weghören, denn die unteren Schulaufsichtsbehörden, das sind die staatlichen Schulämter, die gibt es nur an den Grund-, Haupt-, Werk-, Real- und Gemeinschaftsschulen und an den sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. In Baden-Württemberg gibt es insgesamt 21 staatliche Schulämter. Du solltest natürlich wissen, in welchem staatlichen Schulamt du beschäftigt bist. Was ist Aufgabe dieser unteren Schulaufsichtsbehörde? Sie führen die Dienstaufsicht über die Schulleiterinnen und Schulleiter und aber auch über die Lehrerinnen und Lehrer. Wenn es um Aufgaben geht, die das staatliche Schulamt umsetzt, dann ist davon zum Beispiel eine Versetzung innerhalb des staatlichen Schulamtes betroffen. Wenn es um die Besetzung eines Konrektorats geht an einer Schule, das ist etwas, was das staatliche Schulamt erledigt. Und auch, wenn es dich persönlich betrifft, wenn du eine Frau bist und irgendwann einmal ein Kind kriegst und in Elternzeit gehst, das können natürlich auch die Männer machen, dann ist dafür das staatliche Schulamt zuständig. Jetzt dürfen all diejenigen wieder mithören, die gerade eben weggehört haben. Jetzt geht es nämlich um die oberen Schulaufsichtsbehörden. Das sind die Abteilungen 7 in den Regierungspräsidien. In manchem Lehrerzimmer geistert immer noch der alte Begriff des Oberschulamtes durch die Gefilde. Das war früher so. Dann gab es eine Verwaltungsreform und die Oberschulämter wurden in die Regierungspräsidien eingegliedert und sind heute die Abteilungen 7. Sie sind vor allem für die Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten zuständig. Für Versetzungen über Schulamtsgrenzen hinweg, für Versetzungen über RP-Grenzen hinweg. Sie sind zuständig für die Fachaufsicht, vor allem an den Gymnasien, an den beruflichen Schulen und an den SBBZ mit Internat. Sie führen die Dienstaufsicht über die Schulleiterinnen und Schulleiter und über die Lehrkräfte, soweit das nicht Aufgabe der staatlichen Schulämter ist. Und sie führen die Dienst- und die Fachaufsicht über die Personen, die in den staatlichen Schulämtern beschäftigt sind, also über die Schulrätinnen und die Schulräte. Und etwas, das hoffe ich, dass es dir nie passiert, sie sind auch diejenigen, die Disziplinarmaßnahmen aussprechen. Wenn es eine obere Behörde gibt, dann gibt es auch eine oberste Behörde und das ist das Kultusministerium. Das Kultusministerium übernimmt alle Aufgaben, die nicht irgendeine andere Behörde übernimmt, von denen ich gerade schon gesprochen habe. Dazu gehört zum Beispiel die Fachaufsicht über die Abteilungen 7 der Regierungspräsidien und die Planung und die Leitung des gesamten Schulwesens in Baden-Württemberg. Da geht es zum Beispiel um Bildungs- und Lehrpläne, da geht es um die Aufnahmeverfahren an den verschiedenen Schularten, da geht es um Versetzungs- und Prüfungsordnungen, da geht es um die Ausbildung und die Prüfung und Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer, da geht es auch um die Ferienordnung. Seit einigen Jahren, sind noch nicht allzu viele, gibt es noch zwei weitere Einrichtungen in Baden-Württemberg, die alle Lehrerinnen und Lehrer betreffen. Das erste ist das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, kurz auch ZSL. Es gibt eine Zentrale und es gibt vier Regionalstellen. Auch hier solltest du wissen, welche Regionalstelle für dich zuständig ist. Was ist Aufgabe des ZSL? Die Personalentwicklung und die Führungskräfteentwicklung. Die Durchführung und die Steuerung der Qualitätsentwicklung für die Aus- und für die Fortbildung der Lehrkräfte und zu allgemeinen pädagogischen Querschnittsthemen. Bildungsplanarbeit, Schulbuchzulassung. Das sind zwei weitere Themen, mit denen sich das ZSL beschäftigt. Eine weitere Einrichtung ist das Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg, das IBBW. Seine Aufgabe ist es, ein strategisches Bildungsmonitoring durchzuführen. Es soll datengestützte Qualitätsentwicklung ermöglichen. Dazu werden statistische Erhebungen und Auswertungen durchgeführt. Dazu gehören zum Beispiel die Vergleichsarbeiten, dazu gehört die Erfassung von Prüfungsleistungen. Und aus diesen Erhebungen, aus diesen Daten, werden dann Konzepte entwickelt, Aufgaben, Instrumente, um Kompetenzen weiterzuentwickeln. Damit du in diesem Dschungel an Aufsichten und Hierarchien nicht verloren gehst, ist die GEW als starker Partner an deiner Seite. So möchten wir dir mit diesen Tutorials bei deiner Prüfungsvorbereitung für die Prüfung Schul- und Beamtenrecht helfen. Grundlage für diese Videotutorials ist das Skript Schul- und Beamtenrecht. Das kannst du auf der Homepage der GEW erwerben. So, und nun wünschen wir dir bei den weiteren Videotutorials viel Spaß und für deine Prüfung alles Gute. Tschüss.